Die sich ihr angebotene Einzimmer-Mietwohnung ist ab sofort bezugsfrei. Die neuwertige Etagenwohnung befindet sich in Regensburg-Westenviertel. Das im Jahr 2003 erbaute Haus verfügt über zwei Etagen. Die Immobilie befindet sich in der zweiten Etage und wird über eine Gas-Zentralheizung beheizt. Das Gebäude hat einen Personenaufzug. Die Wohnung verfügt über ein Schlafzimmer, ein Badezimmer, eine Einbauküche und einen Garagenparkplatz. Die Ausstattung befindet sich in einem gepflegten Zustand. Bei einer Wohnfläche von ca. 23 Quadratmetern beläuft sich die Gesamtmiete dieser Etagenwohnung auf 350 Quadratmeter. Kontaktieren Sie uns. Für die Vereinbarung eines Besichtigungstermins stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.